Diagnose Brustkrebs mit 43, Daniel Fischels Geschichte und ihre Mission, andere Frauen zu retten. Daniel Fischel, ein Name, der mit den Kindheitserinnerungen vieler Menschen verbunden ist, ist nicht nur eine talentierte Schauspielerin, sondern auch eine Mutter, eine starke Frau und eine vertrauenswürdige Freundin. Geboren im Jahr 1981, begann Fischel ihre Schauspielkarriere in jungen Jahren. Sie wurde weithin bekannt durch ihre Rolle als Topanga Lorenz in der beliebten Fernsehserie Boy Meets World, später in Girl Meets World, einer Fortsetzung der Originalserie. Die Figur Topanga mit ihrer starken, intelligenten und leidenschaftlichen Persönlichkeit wurde zu einem Symbol in den Herzen der Zuschauer. Das Leben von Fischel schien immer vom Glanz ihrer Schauspielkarriere begleitet zu sein, aber nur wenige wissen, dass sie neben ihrer Rolle als Schauspielerin auch Mutter von zwei kleinen Söhnen ist. Sie versucht stets, die Balance zwischen Arbeit und Familie zu halten und die Freude an ihrer Rolle als Mutter und der Pflege ihrer kleinen Familie zu genießen. Mit einem so geschäftigen Leben hätte wohl niemand erwartet, dass Daniel Fischel mit einer großen Lebenskrise konfrontiert werden würde der Diagnose Brustkrebs im Alter von 43 Jahren. Bei einer routinemäßigen Gesundheitsuntersuchung, einer Aufgabe, die viele oft vernachlässigen oder aufschieben, erhielt Daniel eine Nachricht, die niemand erwartet, sie wurde mit duktalem Karzinoma in situ, CIS, diagnostiziert. CIS ist eine nicht-invasive Form von Brustkrebs, was bedeutet, dass sich die Krebszellen nur in den Milchgängen befinden und sich noch nicht auf das umliegende Brustgewebe ausgebreitet haben. Doch trotz des sehr frühen Stadiums ist die Diagnose Krebs ein großer Schock für jeden Betroffenen. In einer Episode des Podcasts Put Meets World teilte Daniel ihre Geschichte auf eine ehrliche und emotionale Weise. Sie erzählte, dass sie beim Erhalt der Ergebnisse schockiert und ungläubig war. Gedanken an die Zukunft, sowohl ihre eigene als auch die ihrer Familie, begannen sie zu überwältigen, aber kurz darauf beruhigte sie sich und beschloss, diese Herausforderung mit Entschlossenheit anzunehmen. Es ist noch sehr, sehr früh. Technisch gesehen ist es Stadium Null, teilte Daniel im Podcast mit. Sie wusste, dass sie Glück hatte, die Krankheit in einem frühen Stadium entdeckt zu haben, und dass die Behandlungsaussichten sehr gut waren. Es wird alles gut werden. Ich werde operiert, um es zu entfernen. Ich werde die Behandlung verfolgen und wieder gesund werden, ermutigte sie sich selbst und die Zuhörer, die ihrer Geschichte lauschten. Daniel Fischel betont immer wieder die Bedeutung regelmäßiger Gesundheitsuntersuchungen, von denen sie überzeugt ist, dass sie ihr das Leben gerettet haben. Sie erzählte, dass sie sich sofort einen Termin für eine Mammographie vereinbart hat, nachdem sie eine Erinnerung für ihre jährliche Untersuchung erhalten hatte. Diese Entscheidung führte dazu, dass die Krankheit in einem sehr frühen Stadium entdeckt wurde, bevor sich der Tumor auf das umliegende Brustgewebe ausbreiten konnte. Wir können nicht einfach sagen, ich habe keine Zeit dafür, ich hatte letztes Jahr eine Mammographie, betonte Daniel in ihrer Botschaft. Sie appellierte an alle, insbesondere an Frauen, sich Zeit für sich selbst und ihre Gesundheit zu nehmen, da dies der einzige Weg sei, um gefährlichen Krankheiten wie Krebs vorzubeugen und ihnen entgegenzuwirken. Dieses Ereignis veranlasste Daniel, darüber nachzudenken, wie sie diese Botschaft an möglichst viele Menschen weitergeben könnte. Sie erkannte, dass viele Menschen oft nicht auf regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen achten, weil sie sich gesund fühlen oder keine besorgniserregenden Symptome haben. Doch durch ihre eigene Geschichte wollte Daniel verdeutlichen, dass Krebs nicht immer äußerlich sichtbar ist und dass nur regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen eine frühzeitige Entdeckung ermöglichen und die Heilungschancen erhöhen können. Nach der Diagnose trat Daniel Fischel mit all ihrer Kraft und ihrem Willen in den Kampf gegen den Krebs. Sie begann mit den Vorbereitungen für die Operation zur Entfernung des Tumors, einen wichtigen Schritt im Behandlungsprozess des Frühstadiums von Brustkrebs. Obwohl sie wusste, dass die Operation und die anschließenden Therapien viele Schwierigkeiten mit sich bringen würden, bewahrte Daniel stets ihre optimistische Haltung. Sie stellte sich nicht nur der Krankheit, sondern wurde auch zu einer Inspiration für andere Frauen, die ähnliche Herausforderungen durchmachen oder davorstehen. Daniel verstand, dass das Teilen ihrer Geschichte nicht nur ihr half, ihre Gefühle zu verarbeiten, sondern auch anderen Hoffnung geben konnte. Sie wollte, dass die Menschen wissen, dass Krebs kein endgültiges Urteil ist und dass dank der modernen Medizin viele Menschen diesen Kampf gewinnen konnten. Daniel erkannte auch, dass neben der körperlichen Behandlung die Unterstützung durch Familie, Freunde und die Gemeinschaft von enormer Bedeutung ist. Sie erhielt viel Zuspruch und Anteilnahme von ihren Angehörigen und Fans, was ihr zusätzliche Kraft gab, weiterzukämpfen. Für Daniel Fischel bedeutete die Krebsdiagnose nicht nur ein persönliches Schicksal, sondern auch den Beginn einer größeren Mission. Sie wollte ihre Geschichte nutzen, um das Bewusstsein für Brustkrebs und die Bedeutung regelmäßiger Gesundheitsuntersuchungen zu schärfen. Daniel begann, an Aufklärungskampagnen teilzunehmen und mit Gesundheits- und Wohltätigkeitsorganisationen zusammenzuarbeiten, um Frauen weltweit dazu zu ermutigen, auf ihre Gesundheit zu achten. Sie ruft unermüdlich Frauen dazu auf, sich Zeit zu nehmen, um auf sich selbst zu achten, insbesondere durch regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen. Daniel versteht, dass eine frühzeitige Erkennung nicht nur die Heilungschancen erhöht, sondern auch hilft, die Schmerzen und Verluste, die diese Krankheit verursacht, zu verringern. Sie hofft, dass sie durch das Teilen ihrer Geschichte viele Leben retten kann. Daniel Fischel möchte auch eine starke Botschaft über Widerstandskraft und Lebensmut vermitteln. Sie glaubt, dass jede Frau die innere Stärke besitzt, große Herausforderungen im Leben zu meistern und dass Krebs nicht das Ende für irgendjemanden sein muss. Mit einem positiven Geist und Entschlossenheit ist Daniel zu einem Symbol für Mut im Kampf gegen Krebs geworden. Derzeit befindet sich Daniel Fischel in der Genesungsphase nach der Operation und der Behandlung. Sie überwacht weiterhin streng ihre Gesundheit und bemüht sich unermüdlich, die positive Botschaft der Selbstfürsorge zu verbreiten. Ihre Reise ist nicht nur die Geschichte eines Kampfes gegen Krebs, sondern auch die Reise einer mutigen Frau, die entschlossen ist, ihr Leben zu schützen und anderen zu helfen.